What up YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch ein paar, ja, zusammengetragene Szenen von Twitch zeigen, ein paar Highlights. Und zwar nur mit der Negev. Negev-Spraydowns habe ich ja in letzter Zeit en masse gemacht. Leider habe ich nicht so viele Szenen finden können, weil die irgendwie im Twitch-Bot untergegangen sind. Da ist irgendwas, hat da nicht richtig funktioniert auf jeden Fall. Konnte ich da leider nicht viele Szenen finden, aber die, die ich gefunden habe, sind auf jeden Fall nice und die müsst ihr euch geben. Ich kann nur eins sagen, übt die Negev, spielt öfter damit. Beste Waffe überhaupt. Also, viel Spaß mit dem Video. Ich bin der beste Spieler der Welt. Ich bin der beste Spieler der Welt. Was kann ich gewinnen ungefähr? Ich kann auch mit rüber gehen. Ey, scheiße, Mic, der geht mir eben laufen. Die Bombe ist auch fehl. Das ist relativ schnell. Das musst du damit rein. Der Aume liegt erstmal irgendwo ab. Ist der. Der hat tätт, ne. Nein. B. Okay, gut. B. B. Lira. Steps up. Ich glaube, es ist keine Steps up. Klar, Digga. Warte, ich verschieße. Komm, wir lassen Axie sein, ey. Ich bin drauf, dreimal und... Ey, man stiehlt keine A's. Besten Eggervuelt, ich sag's euch, Leute. Ja, die kommen B und da mach ich jetzt hier. Fühlst du lang? Der Wind muss die. Booyababy! Hat sich gelohnt. Also, das war halt... Die Eggerv main hat sie wieder zuschlagen. Das ist ein Negative. Need Backup. Negative. Hm. Das war wie Flash. Ich bin der beste Negative Spieler der Welt. Dann hab ich mir Global wieder geholt. Dann hab ich den Rang wieder verloren. Dann war ich Supreme. B, 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 B. Ja, B, verschiebt. Blau, Blau, Blau. Noch kurz? Ja, okay. Das gehört. Flashe. 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 Oh mein Gott. Ich glaub, die Punkte darf ich dafür riechen. Ja. Es ist egal, das ist eh Challenge-Mee. Es ist... Es ist einfach... Leute, da kann man nix machen. Ja? Also, gegen diese Negev. Es ist wie ein Bollwerk. Es ist...